Buon suamobuchachos! Herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege! Wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei den Losers auf Clubhouse unterwegs im Bauernmodus zusammen mit meinem Boss. Hallihallo! Was geht? So, ich habe Clubraum Arsenalraum gepickt. Okay, wurde bestätigt von den Leuten. Jop. Ich picke da den Smoke. Wunderschön. Komm ich mir klar. Ja. Ich nehme Capcan. So. Capcan? Ja, und dann versuche ich auch Richtung Garage zu deathen. Leute, ihr wisst Bescheid! Clubhouse Heimvorteil für die Losers. Heimvorteil für die Losers. Hannover, den kennen wir. Aber ist auch geil, dass Hannover die Ehre zuteil wird. Hoppala! Hier in so einer Rainbow Six Siege Map zu sein. Ja, ist die einzige Map, die in Deutschland spielt. Und Kanal in Hamburg, ne? Und Kanal in Hamburg, aber ist er mittlerweile auch schon nicht mehr wirklich nicht mehr ganz so geil. Ja, nehme ich dir recht. Leider, leider. Ich mache die Map trotzdem sehr gerne. Hatte was, ja. Get ready to engage. Ist der Küchenjob eigentlich verstärkt worden? Ich kann versuchen noch hinzurennen. So, der Küchenjob ist nicht verstärkt. Ich renne gerade hin. Ja. Sterb nicht dabei. Egal, dass ich jetzt noch den Küchenjob mache. In der Garage höre ich ein Bild laufen. Ja, Garage ist ein Schild, wenn es nicht ein Bild. Dann versuche ich zu rotieren oben. Garage, at least two people. Zugangssperre, babe. Ja. Ich wurde von hinten gekillt. Ich habe mich gleichzeitig gerusht. Scheiße! Ich bin mir sehr sicher. Geh zurück, runter, runter, runter. Ich bin mir sehr sicher. Ich hätte den Schild gekillt. Ich glaube, von rechts wird da noch einer kommen. Ich kann wieder hoch. Jolo, ich versuche es. Ich weiß nicht, du hast keine Zeit dafür, glaube ich. Ich glaube, rechts ist etwas drin. Ja, ich glaube, rechts ist etwas drin. Ja, dann ist es von unten. Nein! Leider total verschossen. Schieß! Echo, schieß! Ja, sehr schön. Nein! Okay, jetzt muss er. Jetzt schafft das. Jetzt schafft das. Oh, er ist am Arsch. Mich hat gefickt, dass Flash und seine Kollegen zusammen gespielt haben. Die haben mich gleichzeitig gerusht. Den Flash habe ich noch abgewertet bekommen. Aber ich habe mich dem Flash zugewandt und wurde noch von hinten gekillt von seinem Kollegen. So viel zu unserem Heimvorteil hier, ne? Ja, Team, ne? Team! Ja, ich weiß nicht. Mich hätte das Team auch nicht retten können, glaube ich. Wobei die Valkyrie vielleicht, wenn sie noch aufgepasst hätte, aber... Valkyrie nehme ich nämlich auch gleich. So, wir nehmen Twitch. Entschärfer, picken wir. Hubana ist auch picked. Jetzt machen wir es genau andersrum. Dann nehme ich Fuse. Fuse von der Bar aus. Ein bisschen da unten rein. Fusen. Mal sehen, ob wir ihn kriegen. Ich meine, es ist sehr wahrscheinlich, dass die unten sind. Ja, super. Freien wir uns mal. Ich habe meine Drohne in die Bar gepackt. So, hier chillen wir gleich erstmal. Ne Runde. Ich glaube, früher war der Fußboden in der Bar aus Lois, ne? Das ist mittlerweile komplett aus Stein. Echt? Ja. Oh, ok. All diese Rockmusik nehmen wir so auf den Sack, Alter. Mhm. Okay, warte mal hier lang. Hä, die sind gar nicht unten. Die sind oben. Warte, fuck. Warte, fuck. Ich habe nur von Stairs Schritte gehört. Okay. Jetzt fahren wir nach oben. Ich bin raus. 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 Oben bin ich natürlich mit Fuse. Ich weiß, ob das überhaupt komplex ist. Ähm. Hibana müsste hier irgendwo mal aufmachen. Ja, das ist immer ganz geil. Warte einen Moment, Jekyll, ich komme mit dem Drone. Vigil ist vielleicht hinter dir. Ich habe Vigil. Ja, die Vigil kommt von hinter mir. Kommen wir hier, hier hinter. Dann können wir die Aufmachen. Ich kann aber nichts machen, Alter. Vigil ist hier. Kannst du langsam hier weitergehen? Oder mir sagen, ob es in A jemand ist. Ich bin hier drauf. Jawohl! Nice. Ich werde noch einen. Ich planete dann bei A. Kann ich reingehen? Keine Ahnung, ob du reingehen kannst. Please, Alter! Okay, haben wir geholt. Du läufst da rein und mich killt sie. War vorsichtig unterwegs, mein Lieber. Vorsichtig. Wie eine Katze. Kru, kru. Okay, diese Runde haben wir geschafft. Anstrengend, ja. Aber alles andere als Schmuck, ey. Das war wirklich. Ich habe drei Assists vor meiner Runde. Wieder nach unten. Clubraum, Arsenal. Ich weiß nicht, Alter. Das muss diesmal anders laufen, dann. Nee, ich würde lieber nach oben gehen. Schlafzimmer, aber... Ja, bringt ja nichts, ne? Nee, bringt wirklich nichts. Dann werde ich noch... Dann wieder Smoke. Oh, shit. Vakery ist auch weg. Kannst du mir helfen, Blue zu deffen? Ja, dann nehme ich Capcarn. Wenn die gerade so krass Blue auseinandergenommen haben, dann werde ich da jetzt alle meine Pfeilen hinklatschen. Naja, hätte ich hier jemanden gehabt, der den Flash so ein bisschen gedefft hätte, der ist ganz letzte Runde auch schon anders ausgegangen. Leider von die Vakery verplant. Ich mache auch den... Ich muss gerne, was ich von mir will. Ich mache den Drop zu. Richtung Blue. Ja. Dafür ist aber der Drop dann im Bar auf, ne? Oh, Schockdrohne. Ciao. Den auch. Ciao. Oh, bei einem Ballen, bei einem. Oh. Oh. Jep, bei einem Ballen. Ja, bist du in Deckung? Hat die Drohne nicht gesehen? Ne. Ja, dann hab ich gebaitet. Noch ein bisschen Lärm hier. Wuh! Egal. Alter, der hätte schon viel früher tot sein müssen. Wui! Egal, den haben wir schon mal durch ein bisschen Chow erledigt. Kombo Killed. Da läufst du gerade hoch. Haben wir unsere Cam hier noch. Wo im Schlafzimmer ist erst gleich noch jemand. Hier ist einer. Thermite habe ich. Nice. Hat ein bisschen hingeschossen um ihn abzulenken. Sehr nice. Ich lauf wieder zurück. Ich glaube von der Garage kommt was. Habe ich. Ja, Garage sein, hinten durch. Garage unten. Okay. Versuche ich ein bisschen abzulenken. Schieß mal weiter, schieß weiter. Oh fuck. Die Bombe. Bomb ist down in Garage. Capcan, Bomb, Bomb und Capcan. Hier. Ist da jemand oder was? Ist da jemand oder was? Ist da jemand oder was? Wuuuuh! Nice one! Digga, ich glaube vier Kills oder so. Oder waren es drei? Eine Sits? Ein bisschen Tactics. Ne, drei Kills. Drei Kills. Drei Kills, was haben wir Deku hier ordentlich rasiert. Geile Scheiße. Deswegen Heimvorteil, ja. Der Stoffelgen der Hanfurtal. 2 zu 1. Ist ja noch nicht zu trockenen Tüchern. Die könnten jetzt auch noch unten gehen. Obwohl. Ja, könnten sie. Wo haben sie denn gewonnen? Haben sie in der Angreifer-Runde gewonnen? Ich würde gerne Termite nehmen. Ja, sie haben Angreifer-Runde gewonnen. Dann kann ich nämlich brauner Tunnel ein bisschen Action machen. Deswegen nehme ich da auch. Obwohl, da brauche ich den Diffuser nicht. Ich schmeiße ihn wieder weg. Nehme ich diesmal Fuse. Alles oder nichts? Alles oder nichts. Ich hole schon wieder Fuse. Schon wieder Fuse. Und sogar den Diffuser, ja. Passt zum Namen. Attacke. Spracht sich, sind sie diesmal weggekommen? Das wäre ganz geil. Oben wäre aber auch nochmal in Ordnung. Also oben oder unten ist der Lamette egal. Ich weiß es nicht. Wo ist der Vigil-Ausschlag? Okay, ja, sie sind unten. Also Vigil macht auf jeden Fall den Drop zu. Ich denke mal, dann müssen sie unten sein. Okay, der Downstairs. Okay, hier haben sie sogar schon verstärkt. Oh, ich brauche hier auf jeden Fall. Ich komme da leider nicht durch. Habe ich durch. Habe ich durch. Habe ich eigentlich auch ganz geil reingehen. Und dann kann der jetzt Jekyll da durchchecken. In der Garage irgendwas. Habe ich durch. Einer von uns ist down. Interrogation. GG. Ah, die Interrogation hat alles angeweist. Alter. Du bist down? GG. Ja. Okay, dann schauen wir mal. Alter, war das schlecht. Aber von beiden. Hol mir einen runter. Ich werde auch da runterspringen. Hey. Ja. Wie bist du denn hier gestorben? Ach, da drinnen. Ich bin gerade reingesprungen. Und da unten hat einer schon gehend aufs Fenster geratet. Ich glaube, am besten nicht rein. Geh nur dann vorbei. Ja. Die Frage ist... Ich habe dann was down hier, Hibana. Die Frage ist, what's next, ne? Ja. Eine Minute 15, ne? Ja. Kavera ist tot. Du hast eine Bombe. Eine freundlicher Operator remaining. Ich. Shit. Ah, wäre diese Tür auf gewesen, dann hätte ich die so geil trollen können. Ja, leider war es nicht so. Ah. Ah. Das Team hätte da einfach noch ein bisschen weiter vordringen müssen. Schade, diese Kavera hat alles kaputt gemacht. Die wussten dann, von welcher Seite wir angreifen. Du bist draufgegangen. Käse, Käse. So, Valkyrie Fitnessraum. Und jetzt werden wir hoffentlich wieder rasieren. Jetzt kommt der typische Valkyrie Campspot an den weißen Lieferwagen. Und ich chill dann im Serverraum. Ich bin hier so planlos. Kein Plan, was ich picken soll. Da habe ich einen Alibi. Okay. Ja. Hat uns wieder ein bisschen zurückgeworfen. Aber jetzt zwei Siege. Und wir haben das Ding in der Tasche. Huh. Die Jungs sind aber auf echtem Sohn. Allerdings, ich bin auch echt wieder behindert gestorben. So. So bitter. Wenn man durch ein Fenster springt. Ich habe gerade Eisgatt vier Drohnen erwischt. So. Eine richtige Drohne fehlt noch. Alter, richtige Drohne. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin auch nicht so. Ich bin auch nicht so. Oh Oh Einen verletzt Aber ich kann ihn nicht killen Ich weiß nicht wo er liegt Ok Einer ist jetzt unten Steht hier sogar davor Die kommen gerade alle um ihnen zu helfen Ja Nein Ich habe ihn fast erwischt Shit Wie viel Leben hat er noch? Oh So wenig Leben Die Twitch 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 Wie macht das? Still possible Einer ist da schon drin Nein Er steht hier vom Fenster Einer B Einer A Einer B Einer A Hör auf Mit seiner pische Garage Und dann wieder hochkommen Er springt rein Er ist dünn 15 Sekunden Wo? Bei B oder was? Ja er hat ihn Er hat ihn Haben wir Jawoll Alter Die ganze Zeit rumgeschlichen Nichts gesehen bekommen Der Kill draußen hat nicht geklappt Jetzt nochmal Zwei schicke Kills geholt hier Oh Die Bakery Camps Die waren einfach wieder on point finally Finally Für 4 Ich habe 4 Assist Hol mir einen runter Alter, Matchball, Angriff war noch Matchball, Angriff, ich glaube, wir haben noch keinen Angriff ohne gewonnen Ich überleg gerade, wo wir hingehen könnten Ich glaube, ich nehm zu 4 Auf der anderen Seite wäre was zum Breachen vielleicht nicht schlecht Dann nehm ich Termite Termite, hast du, dann würde ich Sledge nehmen Einfach nur, um die anderen Dinge aufzukriegen Machen wir, komm, BOTS Ja, ist ne gute Idee Und ich nehm den Schärfer, jetzt wird rasiert Jetzt wird Spannbotschadenschuss, das Match, ich glaube, bis jetzt alles andere als einfach Kills sind auch ziemlich gleich verteilt In beiden Teams, deswegen Gucken wir mal, oh, ein Rekrut dabei, warum Warum haben wir beim Matchball Einen Rekrut Wo sind sie, Baby? Ich denke, sie werden wieder Oben sein Oben? Ja Sind sie oben? Ja, also, kam wieder von den Stairs Könnte auch unten sein, aber ich glaube Sie sind oben Die Baustelle passt, aber Oben haben sie auch gegen uns gewonnen, deswegen Ich will das immer Okay Schauen wir mal, der erste Meine Tore ist da Kavera kam gerade Richtung Garage Kavera, anywhere near Garage Wann ja mal schauen, ob die da irgendwie so ein Scheiß Loch reingehauen hat Ja, hat sie Okay, einer down, Kavera ist down, okay Das Ding ist, ich bin jetzt der Termite, aber wir können nichts aufmachen, weil die Bandit haben. Ich habe unseren Rekruten gerettet, ich helfe ihn noch auf. Nein! Wo ist der letzte? Er hat mich, er hat mich, ich bin hier on pointe ist er, oh fuck. Wo ist er? Ich war gerade in der Cam, da wo ich gestorben bin. Leute, ihr macht das. Ich habe immerhin einen coolen Kill auf einem Bandit gemacht und damit unseren Rekruten gerettet. Alter, eine geile Runde hatte ich, sonst wurde ich Hardcore in den Arsch gefickt, aber der Rekruten, er hat hier Leistung gezeigt, er hat uns Hannoveraner gecarried. Oh yeah, Karrie Crude quasi, Hellas King, ihr Hellas King, oder Hellas King, kann auch sein. Packs, 12%! Leider nein. Nein, bei mir auch, knapp daneben, Muchachos, was euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Außerdem, wenn es euch gefallen hat und es noch nicht abonniert hat, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert das Glöckchen, denn YouTube zeigt leider wenig Videos an von Leuten, die abonniert hat. Also Glöckchen ist immer noch so ein kleines Polos oben drauf. Bis zum nächsten Mal, reingehauen, bye bye! Bis zum nächsten Mal, reingehauen! Tschüss! Tschüss!